Ich begrüße euch in der Folge HiRuWarriors Ich habe die Mission aus dem letzten Part nochmal gemacht Dadurch jetzt den Weg nachher oben freigeschaltet Den ich ja im letzten Part noch nicht geöffnet hatte Das musste man erst öffnen Und dann, ja, konnte ich erst hier hoch Und hier gibt es scheinbar was für Lana Gestärkte Truppen Das klingt ja nach sehr viel Spaß auf jeden Fall Und ich habe keine Kraftmannschuhe Yay Dann brauchen wir die einmal ganz kurz So, dann gucken wir mal, was es hier Schönes gibt, würde ich sagen Wenn wir das machen Nachher sind die So Ich weiß nicht, welche Dungeon das war Aus Zelda 1, aber es sieht jedenfalls aus wie ein Dungeon Ja, ein Herzcontainer Ich habe mir das bloß gedacht Ja, let's go mit Lana Mal gucken, was es hier Schönes ist So, ich habe mal Lana das Portal genommen Weil ich das cool finde und nochmal damit kämpfen möchte Was gibt es hier Schönes? Da ist eine Truhe Da ist eine Truhe Und ja, das kann ich ja merken, dass es bei den beiden Notsachen Truhen sind Ja, bestimmt bei der, wo ich die Fee brauche Die Truhe sein So Siege Fall ist meine Mission, okay Haben wir eigentlich niemals schon mit dem Portal gekämpft Beziehungsweise eben Partei Ich glaube Ich habe das schon mal Offscreen probiert Also irgendwas nachgespielt hat oder so Aber ich glaube im Partei haben wir noch nie gekämpft so wirklich Ich habe auch gerade nicht mehr ganz den Plan, wie das funktioniert Seid ein bisschen länger her Wow Dass ich das letzte Mal mit ihr damit gespielt habe Da ist mir Bruch glaube ich jetzt doch ein bisschen lieber Weil ich das wenigstens kann Oder es wäre immer hier lieber, weil ich dann spielen kann Ja, wo ist denn der Motivator? Ist ja jetzt in irgendeiner der vier Festungen hier die klinken Ne, die muss ich einfach nur erobern Um den Feind zu schwächen Super Ja, in der, wo ich gerade bin, könnte halt Was zum Teufel Könnte halt die Truhe sein Oder die Truhe mit dem Herzteil sein Oder der Fäden-Dings Das ist ja Fädenkleidung Kein Herzteil Und es ist scheinbar auch, okay Damit wahrscheinlich In der Truhe, wo ich die Fee für brauche Irgendwas Wichtiges sein Für die Mission hier Zum Beispiel Keine Ahnung Schlüssel in das Hauptquartier Feinde zu öffnen oder so Keine Ahnung Ich weiß es nicht Irgendwie sowas in der Art oder so Wenn ich es auf die Karte kohle Würde das sogar Sinn ergeben So Dann besiegen wir dich mal ganz kurz Nimbus Garde Endlich Da geht mir gerade viel zu viel ab hier Da das gerade ein bisschen viel ehrlich gesagt was hier los ist Ich habe gefühlt echt noch nie mehr Dinge kämpft hier Ich bin mir ziemlich Sie hat es schon mal probiert habe Oh, guck die Pflanze jetzt her Ach, sie beschwört die Ich dachte gerade Ach so Wie geil ist das denn? Ich kann einfach Dings mit beschwören Und ja Hat einfach gerade die Zelda Musik gesummt Ich finde das echt irgendwie ganz cool Mini Goma Sehr schön Ja, das ist Schnellt irgendwie das Brutal Das gefällt mir irgendwie Ach so Ich brauche die gelbe Fee einfach Weil das eine Festung ist Die ich Mit erobern muss Ja, da hätte ich noch drauf achten können Ich jetzt hier los So, da unten Der Einfestigung Wo wer von mir ist Geht auch einiges ab Sehe ich gerade Mit Ja Okay Ah, hier ist ja auch Nee, es ist gut Ich soll doch Five Siegen Ja, ist die wahrscheinlich Die Kommandantin oder so Keine Ahnung Ich weiß es nicht Könnte sein So Gucken wir mal Hier ein bisschen Und beschwören nochmal Das Riesenhuhn Hier, warum auch immer Was hat Es ist Es ist Es ist Ja, genau Es sind Türen Ja, Linke Jetzt Ding Was, warum beschwört Sie jetzt ein Huhn Ich habe keine Ahnung Hinterfragen wir es einfach nicht Nehmen wir es hin Und hinterfragen es nicht Oh Gott, ey So Also ihr Portal ist echt ganz geil Muss ich sagen Und mir gefällt mir das Dann müssen wir mal ganz kurz Router, würde ich sagen Mein Handler hilft mit Ja, sie holen auch nicht Einen Schaden dadurch Das ist sehr gut So Oh ja Das macht einen Schaden Definitiv Und gleich ist es auch weg Sehr schön Dann bekomme ich Wundervolle Items Von ihr Man muss Müssen auch treffen Mit dem Dings da Und dann Können wir weitergehen bitte Oh Midna ist gleich tot Sehr gut Ey, was ist schon wieder los Das ist einfach alles Die Festung hier Musste sich nicht mehr erobern Trotzdem war ich hier Hat Midna geholfen Bin hier herzlicher Mensch Vielleicht muss ich auch Sogar überleben Ich habe keine Ahnung Wenn ja Wäre es so doppelt gut So Nein, nein Du kannst ruhig noch weitere Monster beschwören Beschwören Besser noch Ganon Und Haben wir gewonnen Naja Why not Einfach mal den Dämonenkönig beschwören So Nebenbei So Und hier Soll Man die Fee holen Habe ich gehört Das klingt nämlich auch noch Eine gute Idee Mir ist ihr Portal Nur ein bisschen zu langsam Ehrlich gesagt Ich bin halt immer Fan Der Schönen schnellen Charaktere Und mit ihrem Zauberbuch Ist sie immer relativ schnell Und deswegen Spiele ich Damit ganz gerne Ihr Ihr Stab Ihr Stab ist ja auch nicht Wirklich schnell Deswegen Mag ich ihn auch nicht so sehr Aber ist okay Für einen Kampf Kriegen wir es mal hin Mit den Dingen Jetzt hier zu kämpfen So Irgendwer rückt Mein Hauptquartier vor Wer auch immer das macht Könnt ihr das belassen Das wäre echt geil Von euch Aber doch Irgendwann nach oben Warum bist du eigentlich noch Hier geht Schöne mal gerade Voll die Action ab Dann nutze ich mal Meine R-Fähigkeit hier Um hier ein bisschen Aufzuräumen Oh Gott ey Moplin nervt mich Und tschüss Hoffentlich Oho sehr schön Sie geht auf jeden Fall Ordentlich ab So Moment Da kann man Noch mehr Stoßtruppen Die soll ich auch Ganz kurz vernichten Hier Guten Dank Können wir jetzt Ähm Das ist meine Stoßtrupps Die sollte noch ein bisschen Leben am besten Dann können wir jetzt Erstmal dich hier Kurzblatt machen Weil du mich auch nervst Mit der Existenz Irgendwann greift Hinten an Macht man nicht So Und dann Ne ich habe mal Mr. Fee Oder Mrs. Fee Je nachdem Ich will ja Äh Ich kann nie Niemand mehr vorzugen Und Erobern Kurz Diese wundervolle Festung Hier Der Geron Hauptmann Kann machen Was er möchte Er kann von mir So gerne aus der Schlacht Verschwinden Bisschen frühstücken Und Äh Sein Leben genießen Wäre mir vollkommen egal Hauptsache ergeben Ja viel nerven Dankeschön So Dann Äh Ja Machen wir Räumen wir hier noch ein bisschen auf Würde ich sagen Vielleicht geht man ja auch einfach rumlaufen So Von wegen Schlüssel Gibt es hier scheinbar nicht Okay Alles klar Dann Muss ich wahrscheinlich einfach nur die Festung erobern Dann geht das irgendwann von selbst auf Wie viel Zeug hier rumläuft an Gegnern Ich hab so ein Gefühl mir läuft ein halber Zoo daher An Gegnern halt Ja das sehe ich Spiel Es die Tore Verschaffen So wirst du nicht glauben Aber ich habe Augen Mit Den ich das sehen kann So warum ist jetzt wieder Jeder der Festungen Da Irgendwer Der versucht die zu Ach hier ist der Motivator Guck mal Der versucht die zu Erobern Kann das Südplatz Bitter nicht Kurz davor Sein zu fallen Können Feist Trumpen Bitter nicht Zu mir Vorrücken Jetzt Oder An Notplatz Zu fallen Können die bitte Jetzt nicht Fallen Dass ich einfach nur schnell Hier die Festung Erobern kann Und es ist komplett egal Ob ich die Eroben habe Oder nicht So Komm Dann stirbt Bitte Danke Der Motivator Ist auch jetzt Tod Wundervoll Es kann ich Die Feldmarschall Besiegen Aber vorher würde ich Noch Nach mir kommen Ich wollte Ich habe ich Verlegt die Eine Festung Zurück zu erobern Aber nee Komm Ist doch egal Ist auch Versteht Ob den trainer Wie viel schaden Auch Bestimmt wieder Viel zu viel Deswegen Bekomme ich Am Ende Meinen A-Rang Nicht Mehr Bestimmt Gut Jetzt haben wir Noch Fai Zu bespaßen Hallöchen Na Fai Was geht's Mit einer Wahrscheinlichkeit Zu 100% Werde ich Jetzt im Grund Im Boden Stampfen Und Nein Mein Pro Controller Ist voll Fein Das versichere ich dir Muss man nicht sagen Dass er fast leer ist Ich schwöre dir Ich habe den letzten Das aufgeladen Der ist noch so Ziemlich voll Definitiv So spreche ich dir So So Aber Notplatz Was Notplatz Macht Ist mir Komplett Egal Der Notplatz Kann Verschwinden Es wäre mir Komplett Egal Er kann Luft Auflöser Es kann Atombombe Einschlagen Es wäre mir Egal Gerade In diesem Moment Hier So Aber was mir Nicht Egal Wäre Ist Was Mit Fai Passiert Denn was passieren Soll Ist es Einfach Explodiert Und stirbt Kannst du einfach Nicht Nein komm Ich muss Nein Wie viel Zeit Ich verbrauche Es ist schon 11 Minuten Oh Gott Ey Ich hasse Feier Ich habe glaube ich So ein Gefühl Ich schaffe Den A-Rang Hier nicht Weil ich Einfach Viel zu schlecht Mit Diesem Portal Bin Viel zu viel Leben Verliere Nein Hör auf Feier Oh Jetzt komme ich An sie ran Was macht sie da Holy shit Nein Falsche Richtung Oh Gott Hallo Dongo Oh Gott Oh Gott Ey Sie hat noch so viel Leben einfach Obwohl ich schon Gefühlt 5000 Schläge Auf sie Eingekloppt habe So Das Fu Macht Im Ordentlich Schaden Eigentlich Jetzt Not Not Tempere Kurz Davor Zufallen Nein Wie viele Moblin Was ist denn Los Mit Euch Könnt Ich Verziehen Bitter Bitter Das Hier Voll Cool Von Euch Habs ja Auf jeden Fall Gleich Down Das ist ganz Hilfreich Schön mit meinen ganzen Attacken hier Spammen Jetzt Jetzt ist nur noch Wenige Schläge Die Sie Aushält Oder auch Nur noch Einer Nein Etwegen Ich hoffe Ja Ich wollte gerade sagen Ich hoffe Es ist noch Der Arang Ist es noch Sehr gut Dankeschön Spiel Vielen Dank Ich muss Diese kürzlich Nochmal Spiel mit ihr Aber dann hätte Ich das Sauberbuch Genommen Oh Die Animation Noch gar nicht Sehr schön Wie geil Ist das denn Bis sie weg Grennt Samten Es Konfirmt Auf jeden Fall Wie super Ist das denn Ja Ich Liebe Das Spiel Manchmal Wundervoll Feißkristall Sehr gut Oh Gott Okay Und dann Haben wir noch Was habe ich Vorhin gesehen Hier in der mission Die ich noch nie Gespielt habe Warum auch immer Die habe ich Entweder übersehen Oder Geconnt Ignoriert Keine ahnung Eins von beiden Jedenfalls Sollte ich die Eventuell mal Nachholen Bomben Brauche ich auch Noch Bitte Explodiere So Horror Kids Hier Gefragt Scheinbar Besiege Die Nimmusgade Truppen Ich hoffe Ich kann Mehr Charaktiere Aus Horror Kids Natürlich Nicht So Dann Zeit Schacht Feld Her Würde ich Sagen Ist auf jeden Fall Sehr Auf jeden Fall Sehr viel Nimmusgrad Wer das Bis gedacht Und Gibt Ein paar Truhen Auf jeden Fall Okay Kann ich mal merken Wo die sind Auf jeden Fall Let's go Und sagen Ich erobere Die hier oben Oh die Musik Ist cool Gut Wie spielst du Ich noch mal Horror Kids Wie spielst du Ich noch mal Hab schon Ewig Mal mit dir Gespielt Die bis Horror Kids Aber Fühlt sich Ganz gut An Auf jeden Fall Als ob Ich noch nie Was anderes Gemacht Als mit dir Zu spielen Oh Perfekt Das Hat Gelohnt Das Herz Heidrek Perfekt Das hat sich Gelohnt Sehr schön Siege Hauptleiter Bis er fällt Mal scheißig Zeigt Also Okay Kann nicht Gann machen Wundervolle Musik Jeder kennt Ja Ja Liebt sie Ja Anzahl Weil 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 Das Team Nicht Mag Der Ist Kein Zelda Fan Ohne Scheiß Man Kann Dieses Team Nicht Nicht Mögen Es geht Einfach Nicht Man Muss Es Mögen Ansonsten Ist Irgendwas In Entwicklung Falsch Gelaufen Glaube Ich Ist Einfach So Ein Track Wenn Ich Den Höre Habe Ich Dreck Gute Launa So Ich Mal Die Gelbe Fieber Ich Sag Warum Nichts Also Ich Voll Unterschätigt Ich Hab Echt Spaß Mit Dir Definitiv Ich Habe In Erinnerung Als Ja Ist Okay Aber Nichts Was Ich Öfter Spielen Möchte Aber Es Kann Echt Spaß So Jetzt Lieber Smash Entwickler Nehmt Ihr Horror Kids Und Guckt Euch Das Wo Es Von dem Horror Kid Aus diesem Spiel An Und Baut Das Irgendwie In Smash Pros Ein Ja BAM Macht Viel Spaß Dabei DEC Charakter Konfirmt Auf Jeden Fall Ne Anzeige Ich Verlass Voll Cool Finden Aber Ganz Ehrlich Ich Glaube Die DEC Charaktere Aus Smash Pros Werden Größtenteils Aus Komplett Neuen Franchises Seien Ich Glaub Kaum Dass Er Noch Irgendwelche Der Wiese Garab War Sag Was Aber Recht Aber Das Ist Der Gute Ich Bin Kratz Zu Doof Named Nicht Ein Scheiße Es Ist Gerade Voll Peinlich Ich Bin Gerade So Voll Spiel Konzept Deswegen Sakurai Genau Sakurai Heißt Er Er Hat In Interview Gesagt Dass Er Neue Franchise Bedienen Möchte Und So Und Deswegen Schätze Ich Halt Das Vor Allem Charaktere Aus Franchises Die Wir Bisher Nicht Wurde Gesehen Haben In Den DLCs Vertreten Seien Werden Ich Meine Sagt Ja Lein Schon Das Aus Dass Wir Mit Dem Joker Ein Komplett Komplett Neues Franchise Haben Was Mit Smashed Nie Bedient Wurde Und Es Gab Ja Auch Schon Gerüchte Und Leaks Und So Und Zum Beispiel Auch Erdweger Aus Dragon Quest 3 Dabei War Und Ganz Ehrlich Ich Hatt Das Gar Nicht Mal Für So Unwahrscheinlich Ich Würde Freuen Weil Dragon Quest Sehr Naht Aber Ich Halte Es Für Gar Nicht So Wahrscheinlich Ich Hab Ausgesehen Ungebracht Scheinbar War Keine Gute Idee Auf Jeden Fall Mal Welche Festung Gab Es Noch Eine Truhe Ich Weiß Nicht Ob Wichtiges Hier Gab Deswegen Würde Ich Die Ganz Gern Noch Ich Habe Habe Ehrlich Da Nicht Auf Geachtet Nach Fak Nervt Mich Nicht So Dann Gehen Wir Jetzt Kurz Hier Hoch Erobern Das Und Dann Gehen Wir Ganz Hoch Zur Festung Wo Wir Hinden Müssen Für Den Feld Hühner Ja Mach In Zelda Halt Niemals Hühnen Wüten Das Ist So Der Heilige Kodex Quasi Naja Gab Es Nichts Wichtiges Mehr Okay Alles Klar Ich Wusste Sie Deswegen Bin Ich Auch Nommas Ja Gangen Lieber Bevor Ich Irgendwas Dummes Aus Lasse Oder Irgendwas Dummes Aus Wie Auch Immer Gut Begeben Wir Uns Hoch Und Besiegen Den Vereinigten Feld Mal gucken Was Sein Wird Ich Jetzt Vorher Nicht Auf Die Pixel Sprites Geachtet Deswegen Vielleicht Einfach Nimm Musgade Weil Ich Glaube Es Waren Nur Nimm Musgaden Zu Sehen Ich Weise Aber Nicht Mehr Mal Gucken So Die Kann Von Mir Let's Let's Go Wollen wir Ein bisschen Auf Würde Sagen Und Zerstören Die Gegner So Ein Kräuter Dabei Spannend Let's go Machen wir es kaputt Hat er gerade Hat er gerade Einen mini mond Auf ihn geschmissen Wirklich jetzt Das habe ich noch nie gesehen Ja so viel dazu Das ist halt auch spannend Er packt einfach mal so einen kleinen Taschenmond quasi aus und schmeißt ihn auf den Gegner Why not Will ich auch können Einfach mal so den mond aus meiner tasche holen BAM Hier hast du ihn in die Fresse Ja Das ist Ja Eine spannende Idee Auf jeden Fall Genau Hatte der eine Die eine wache karten morgen stand Amt gehabt ich glaube ja Ist auch spannend So kennen wir die animation ich weiß es nicht Teilen taya streiten sie mal wieder und dass Kids spielt auf seiner arena die es verlinkt gestohlen hat Sehr schön Cool an dem jetzt auf jeden fall gefällt mir Gut der powder ist erstmal 26 minuten lang Litt nach schaden 4 Das war echt nicht schwer die mission Aber die ist ja auch relativ weit unten gewesen auf der Map Deswegen Dass Die nicht allzu Schwer ist Hätte ich mal denken können Äh Geh mal die wieder her bitte Was weiß ich Ja das reicht erstmal So äh Gibt es noch irgendwas kleines Was ist das denn hier Muss ich gerade find da Mit Okay Mal gucken ob das ein Fehler war das heute noch zu machen Ich hoffe natürlich nicht aber wer weiß So das sind halt so Typische missionen Die wir Vom prinzip her schon kennen Aber mit Oh noch Oh ich bin nicht so gut mit Fahre und Alles Man kann ja spannend werden Ja stirb nicht halt durch wenn ich Bomben die mich gleich mit ihren bringen Okay Das ist spannend Oh ich dachte vorhin ist vorher auch ein Idiot Fahre ist doch relativ stark scheinbar Sie macht jedenfalls gerade ganz guten Schaden gegen den Gefällt mir So So die Natur ist schon mal tot Nummer 2 bitte auch gleich Der Fall scheinbar ist unser Schätze auf jeden Fall Okay sehr schön Aber man konnte ja vorhin schon sehen dass der Verband auch noch vorkommen wird Deswegen sollten wir sich zu früh freuen Gut mal gucken Nächste Aufgabe Let's go Oh Gott Ähm War der War das gerade ein Grafikfehler Oder muss das so sein Ich habe keine Ahnung Es sieht mir ein bisschen nach Beidem aus Irgendwie Was habe ich für Schaden macht das Hm So ist ziemlich nix Da Fahre ich wohl besser wenn ich Normal drauf haue Oh Gott Ja ihr beiden seid nervig Aber das sollten wir heute noch schnell schaffen Schätze ich mal Außer der Verbande Der kann ja nervig werden Aber Er weiß Es ist eigentlich eine Mission Die relativ weit unten ist Deswegen dürfte die noch nicht so schwer sein Hoffe ich zumindest mal Ach Gott Pass auf Oh Pass auf Wow Ich bin voll umgefallen Und bumm So nummer eins Schon mal tot glaube ich Ja Wundervoll Da ist Nummer zwei Ja dran Na komm sterben sie Du hast es immer verdient hier zu leben Oder einfach zu existieren allgemein Weil ich glaube kaum dass du hier in dieser Festung lebst Oder Ja weiß das schon So Dann Äh Ja Letzte Festung jetzt schon Ich weiß das nicht genau Weil eigentlich das immer Ähm Drei Festung Oder Ja Hand auf Banter Oh Gott Wart mal Hier musst du ja an der Tür stehen bleiben Oder wenn das so war Und hier bestenfalls ausweichen Also da sind dämlichen Mini Verbanden mit dabei Oh Gott Oh Gott Ja das ist alles gerade sehr fair Was hier passiert auf jeden Fall Das ist sehr fair Ja Natürlich Ja natürlich So Machen wir die kleinen Fächer platt Weil ansonsten Wird es alles Viel zu nervig hier Aber ganz ehrlich Ich wäre auch immer Sie als ausgedacht Dass der Verband In so einer kleinen Festung Hervorkommen muss Der ist einfach Ein bisschen Wohlen ab Das ist einfach Hier fehlt Zu wenig Platz Für so einen Gegner Ja Powerbomben Die helfen mir bestimmt weiter So Kannst du wieder aufhören Damit das wäre Voll nice von dir So Nummer 2 ist schon mal down Sehr gut Jetzt Er ist er nicht Hä Egal Jetzt ist er der große Der Papi Was macht der Du mit deinem Dementliche Energie Fällt immer Ich bin noch An der Tür So Let's go Erstmal nicht treffen Sehr gut Ich seh ja viel Ja Sehr fair Ich seh ja viel Und so Das war Echt überhaupt Nicht nervig Jetzt Und sowas halten Leute Wirklich für eine gute Idee In das Spiel Einzubekommen Ja Solchen Mist Hier So ein blödes Monster Alleine In einer winzigen Festung Wie weicht man Die nochmal aus War es nicht einfach Gegen die Tür Stellen War nicht was Eigentlich Oder Hab ich was Verwechselt Ich hab keine Ahnung Ich hab jetzt schon Kein Bock mehr Auf den Mist Hier Das klingt Als ob Krügel zerbrechen Wenn man jetzt Ein Fuß Zerstöre Hier Ich weiß nicht Ob das gesund ist Was Das es für Geräusche Von sich gibt Lieber Verbannter Vielleicht soll ich Mal zum Arzt gehen So Mal ganz kurz Ich brauch mal Mein Heiltrank Wenn ich gleich Wieder Zum Heilen Komme Nein Ernsthaft Jetzt Als ob Der nicht Hat durch Nein Storben ist Warum Leuchtet Jetzt So Komisch Was hab ich gemacht So Komm Stell Deine scheiß Füße Wieder her Meine Güte Oh Gott Es Ist Mal ganz ehrlich Jeder Mensch Mit Menschen Verstand Kommt Darauf Die Idee Dass Sowas Hier Keine Gute Gameplay Idee Ist So Ein Riesiges Monster So Eine Festung Einzubauen Ist Einfach Bescheuert Egal In welcher Form Hier Mit Fire Oder Ob Link Oder Mit Tun Link Oder Was Weiß Ich Egal In welcher Form Es Einfach Nur Dumm So Vom Wegen Noch Mal Schnell Eine Mission In den Part Packen Wie Weiche Ich Die Nummer Aus Ich Dachte Ich Egal Ist Wirklich Lang Her Deswegen Hab Ich Da Voll Vergessen Wie Das Geht Da Kommt Der Platz Doch Hier Unsere A Attacke Bam Versuchen Mal Ein bisschen Schaden Zuzufügen Mit Keine Ahnung Und Ich Muss Noch Das Mal Wie Viel Zeit Habe Ich Noch Ich Kann Den Aran Glaube Ich Ehe Abschminken Oder Viel Zu Viel Schaden Genommen Glaube Ich Ich Mache Schnelle Mission Einmal Fertig Ja Gute Idee Da Habe Ich Nicht Mit Verwandten Rechnet Wie Weiche Ich Die Nochmal Aus Ich Habe Ja Gesehen In den Pixels Sprites Ich Dachte Mal So Ja Das Wird Doch Jetzt Nicht So Schwer Seien Komm Es Eine Untere Mission Mit Feil Das Werden Wir Jetzt Nicht So Ultimativ Nervig Machen Wir Haben Doch Ein Herz Die Entwickler Ja Von Wegen Scheinbar Nicht Ach Ja So Komm Bitte Stirb Ein Das War So Klar Merkt Ihr Wie Ich Leider Bei dieser Mission Es Macht Man Einfach Nicht So Es Einfach Bescheuert Ich Wollte Auch Schnell Fürs Part Ende Eine Kleine Mini Mission Haben Was Habe Ich Davon So Scheiß Hier Nein Jetzt Hat er Auch Die Elektro Füße Da Das Hat Doch Kein Spaß Ja Ich Bin Eh Ja Ich Bin Eh Tot Tschüss Das War Für Diesen Part Keine Lust Mehr Da Wäre Ein Schwacher Punkt Trank Wahrscheinlich Gut Für Den Kampf